Wir freuen uns auf einen Mann, den man im deutschen Fernsehen lange nicht mehr gesehen hat. Jetzt kommt er zu uns auf Tour und natürlich macht er bei uns den Anfang. Adriano Celentano, das ist der Evergreen Absurdo! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017